Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video und zu einem ganz besonderen. Ihr fragt ja immer nach einer Schabrackensammlung, Halftersammlung, kann ich diesmal zeigen, jenes zeigen und ich habe das bisher immer abgelehnt. Aber jetzt habe ich eine Schabrackensammlung der besonderen Art für euch, denn die könnt ihr ersteigern. Das sind Sachen, die ich gewonnen habe früher, wirklich als ich noch Pony geritten bin, die neu sind, die teilweise nie auf dem Pferd lagen, die vielleicht einmal zur Siegerehrung drauf waren. Also kunterbunt gemischt. Und warum das Ganze, das erzähle ich euch gleich. Ich zeige euch einmal zwei Beispiele. Diese Eskadronischer Bracke, die hat sogar noch ein Schild dran. Habe ich nie benutzt, werde ich nicht benutzen. Und diese Abschutzdecke hier ist vom Pony Nachwuchschampionat von der Sichtung. Die habe ich, wann war das, vielleicht 2011 oder 2012 mit Tobi damals gewonnen. Und ja, mehr als bei der Siegerehrung wurde sie nicht genutzt. Deswegen ist es echt schade, die rumliegen zu haben. Und deswegen möchten wir die gerne an euch abgeben. Das Ganze wird über Ebay laufen und für den Preis, den ihr dann für die ersteigerten Waren zahlt, kommen aber noch die Versandkosten drauf, dass wir einfach nicht ins Unermessliche noch Versandkosten tragen müssen. Aber die ganzen Erlöse aus den Versteigerungen gehen nicht in unsere Kasse, sondern an ein Herzensprojekt, mit dem wir schon anderthalb Jahre zusammenarbeiten. Das ist schon ein ganzes Stück. Und zwar dem Verein Pferde für unsere Kinder. Der ist ja auch in Hamburg dann aktiv beim Hamburger Derby. Hat jetzt auch den Media Day in Elmshorn präsentiert. Und wie gesagt, wir haben da schon einiges mit denen zusammen unterstützt und wollen da einfach nochmal einen kleinen Schub geben, der von unserer Community kommt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn das ein großer Schub werden wird, den wir da beisteuern können. Alle Infos zu der Aktion und auch den Link zu den Ebay-Geboten findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Und als kleines Präsent gibt es dann auch noch obendrauf zu jeder Ersteigerung eine Autogrammkarte und so ein paar Kleinigkeiten. Lasst euch da gerne überraschen. Also es ist für euch nicht nur eine gute Tat, sondern auch noch eine coole Sache, die ihr da bekommen könnt. Ich würde mich sehr freuen. Das Ganze wird dann von uns in Hamburg auf dem Derby übergeben. Also seid fleißig, bietet bitte. Das ist wirklich eine tolle Aktion, die man da unterstützt. Wir brauchen Nachwuchs von den Reitern und die machen das ganz toll. Die machen tolle Projekte. Wie gesagt, wir sind da schon lange mit Herzblut dabei und möchten das gerne unterstützen. Also ganz schnell bei den Ebay-Anzeigen vorbeischauen in der Infobox nicht verpassen. Eine andere Schafrackensammlung werdet ihr von mir nicht sehen. Also schaut da vorbei. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, als ich bedanke mich schon mal bei allen, die mitmachen von Herzen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video und vor allem in Hamburg. Vielleicht seh ich ja einige von euch. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich habe mich schon so oft versprochen hier. Ich fange jetzt nicht nochmal an. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr beim Hamburger Derby mit dabei seid. Vielleicht können wir uns da ja treffen. Ich kann ja leider nur die Püppi mitnehmen, da Lumpi verletzt ist. Aber ja, dann muss sie das jetzt einfach richtig rocken. Und ja, ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf eure Unterstützung. Unterstützt den Verein mit unserer Hilfe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.